Sehr geehrte Damen und Herren, Ihrinnen und Ihren Freundinnen und Freunde Irlands in Nürnberg. Der 17. März eines jedes Jahr ist für Ihrinnen und Ihren auf der ganzen Welt von großer Bedeutung. Das Datum stellt einen der wichtigsten Tage im irischen Kalender dar. Es dient als Schaufenster für alles Irische und ermöglicht es uns in Irland, unsere Diaspora sowie unsere Freundinnen und Freunde aus vielen anderen Nationen auf der ganzen Welt in Schließlich Nürnberg zu erreichen. Ich weiß, dass traditionell in dieser Nacht in Nürnberg ein St. Patricks Night Out im Heiligen Gassaal stattfindet. Obwohl in diesem Jahr nicht persönlich von Ort gefeiert werden kann, möchte ich diese Gelegenheit nutzen, um den Deutschen-Irischen Freundeskreises Franken unter der Leitung von Gunter Witt sowie den Behörden der Stadt Nürnberg für die Ermöglichung dieser nunmehr traditionellen Veranstaltung zu danken. In der Zwischenheit freue ich mich zu sehen und zu erfahren, dass Nürnberg die Tradition mit digitalen Mitteln am Leben erhält und eine Online-Whisky-Verkostung, eine Online-Pop-Session und einen Online-Gottesdienst zum St. Patrick's Day in der St. Clara Kirche abhalten wird. Zu all dem sage ich Franconia Abu. Und wenn man an Franken denkt, gibt es natürlich eine ganz besondere Verbindung zu Irland. Der irische Missionar St. Kilian und seine beiden Gefährten wurden 689 in Würzburg gemartet. Und obwohl sie zu dieser Zeit nicht sehr willkommen waren, brachte und bringt uns ihre Opfer als Zweivölker näher zusammen. Es ist mir eine Freude, sagen zu können, dass ich bei meinen bisherigen Besuchen in Franken und Bayern stets herzlich und in der Tat sehr freundlich begrüßt wurde. Ich freue mich darauf, Sie persönlich in Nürnberg zu treffen, sobald es wieder möglich ist, unsere gemeinsame und miteinander verflockende Geschichte zu feiern und freue mich auf viele weitere Jahre engere Freundschaft. Bleib gesund! Agust Bannacht in der Fähle-Poareg o'riffe gelehre. Goede Mielemaagheuif! Hölle Abertainen